Das grüne Klimamobil ist auf Reise durch Deutschland und machte am Dienstag Station in der Grundschule in Hauen-Eberstein. Unter dem Motto School Tour zeigen die Lehrerinnen den Drittklässlern auf ihrer virtuellen Reise durchs All, wie man angesichts weltweit steigender Temperaturen einen kühlen Kopf bewahren kann. Wetterwissenschaftler und Pädagogen haben ein Konzept ausgearbeitet, um Kindern globale Phänomene verständlich zu vermitteln. Warum hat die Erde Fieber? Durch dieses Konzept, das wir haben, den wir die Kinder sehr mit einbeziehen und auch die ganzen komplizierten Vorgänge sehr runtergebrochen haben auf Kinderniveau, ist das, glaube ich, denke ich, relativ gut, den Kindern zu erklären. Ganz einfach formuliert erfahren die Schülerinnen und Schüler, warum eine Energiesparlampe den Lebensraum der Eisbären am Nordpol retten kann. In praktischen Experimenten wird deutlich, wie das Wetter auf starke Erwärmung reagiert. Luft bewegt sich und wenn sie sich stärker bewegt, dann entstehen Stürme und Unwetter. In Frage- und Antwortspielen erkennen die Jungklimaforscher, was die Vorgänge in der Erdatmosphäre beeinflusst. In Baden-Baden ist die Hauen-Ebersteiner-Grundschule die erste Station des Klimamobils. Es ist sehr kindgerecht, wird es aufbereitet und ich finde es sehr interessant. Das Spiel einerseits, dass sie es eben theoretisch erstmal ein bisschen erfahren und dass sie eben dann auch praktisch ein bisschen was tun können. Bleibt ein bisschen was hängen und geht in die Familien rein, mehr kann man, glaube ich, nicht erwarten. 14 Kinder in Baden-Baden wissen dank dem Klimamobil nun mehr darüber, wie Stürme entstehen, wie sich Klima über Jahrzehnte entwickelt und wie jeder Einzelne mit kleinen Verhaltensänderungen im Alltag dazu beitragen kann, das Fieber der Erde zu senken. Ich denke, dass es wichtig ist, solche Probleme schon von Anfang an zu verstehen und auch damit konfrontiert zu werden. Und ja, desto früher die Kinder damit anfangen, was darüber zu wissen und dann sich vielleicht auch ihr Verhalten zu ändern, desto besser. Das Klimamobil für spielerisches Lernen an Grundschulen ist eine gemeinsame Aktion von Umweltverbänden und Lampenherstellern und kann von jedermann gebucht werden. Den Kindern macht es Spaß und außerdem macht es fit für einen bewussten Umgang mit der Erde.